Hey Leute! Willkommen zu einem neuen Video! Es regnet! Yay! Und das sind irgendwie Pilze? Frag nicht! Überall auf der ganzen Wiese! Wieso? Ja, auf jeden Fall! Wir drehen heute die Haustour und wir fangen an mit dem Garten, weil es dreht nicht. Deswegen machen wir es schnell. Also hier kann man so lang gehen. Hier sind neuerdings Pilze. Ich weiß nicht wieso. Hier liegen... Da ist ein Planschbecken. So sieht das aus. Dann kann man da hinten lang. So, da kann man theoretisch auch noch lang, aber es gehört nicht zu unserem Grundstück. Da ist hier ein Tisch, ein Strandkorb und da geht es rein. Aber wir rennen jetzt wieder zur Tür. Dann stehen da Fahrräder. So ist das Ding halt. Und da ist nur ne kleine Abstellkammer, aber die zeigen wir euch nicht. Und dann gehen wir jetzt mal rein. Ein Spiegel. Peace. Dann hängen hier Jacken und so. So, und das ist nur ein Badezimmer. So aufgeräumt ist es nicht, aber egal. Dann kommt man hier rein. Küche, Wohnzimmer und Essbereich. Also hier ist einmal die Küchenzeile. Auch jetzt sind so wundervoll fast. Dann ist hier so ein Schrank. Und da liegt vier hier. So eine Radiobox-Dingsbums. Und hier ist ein Tisch. Also wir haben jetzt so... Ein Kamin. Das ist ja nicht so groß, aber ich schmeck da cool. Es ist halt so ein kleines Haus, aber mehr halt auch nicht. Und dann hier ist ein Sofa. Ja. Dann kann man hier wieder nach oben gehen. Hier hast du WLAN und Telefon. Und da ist so ein Anker. Und da ist ein Anker. Ein Anker. Ein Anker. Ein Anker. Hahahaha. Schlau. Das da ist unser Hobbywurst-Stall, aber da steht gerade kein Fett drin. Das sieht so aus. Dann ist hier unser Kleiderschrank. Den wollt ihr hier nicht sehen. Dann ist hier noch ein zweites Badezimmer. Und noch ein kleines Fenster hier innen. So, dann ist hier das Zimmer von Sophies Eltern, aber da gehen wir jetzt nicht rein. Dann ist da unser Zimmer. Sag Hallo. Hallo. Da ist Bobby. Sophies Bett. Da liegen zwei Pferde. Auch noch ein Pferd. Noch zwei Pferde und mein Bett. Hier ist es ja auch noch aufgeräumt. Und hier in diesem Schrank sind die ganzen Bastelsachen drin. Ja, und hier sind die ganzen Hobbyhaus-Zubehör-Krams drin. Ja. Und das war's jetzt eigentlich jetzt auch mit dem Haus. Princess würde jetzt das Video beenden. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und jetzt gleich wird das Autotro... 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 Autotro...